Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Wir sind immer noch mitten in der Nacht unterwegs auf unserer Mission erstmal den ersten Außenposten zu finden. Und ja, wir standen ja zuletzt immer noch hier oben auf dem Aussichtspunkt. Und ich würde sagen, wir gehen langsam mal runter und dann gehen wir unten so langsam in Richtung Außenposten. Halten natürlich die Augen und Ohren offen, ob wir nicht was entdecken. Also legen wir los. Ab geht es. Und auch hier wie gesagt jetzt langsam runter gehen. Zwischendurch auch ruhig von diesen Aussichtstürmen mal runterspähen, ob man nicht ein bisschen was entdeckt. Denn auch hier in der Nähe sind immer mal wieder Rehe. Manchmal hört man die sogar hier, wenn die hier rumrennen, dann knuspert es und knabbert es irgendwie in der Nähe. Oder sie geben halt irgendwelche Geräusche auch ab. Alter, so viel Federviehzeug in der Luft, ne? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Boah, da werden wir aber erstmal schön, da werden wir doch erstmal schön versuchen auf Federviehzeug zu gehen, oder? Das wäre doch mal was, ey. Kommen wir hier rüber? Kommen wir. Perfekt. Also, Waffe gezückt. Ich laufe nach wie vor einfach leise vorwärts. Nicht rennen. Und wir scannen einfach die gesamte Area. Und sobald wir halt was sehen, sobald wir was hören, zack, sofort runter in die Hocke. Noch leiser los, weiterlaufen. Und noch näher ranschleichen. Das ist halt wirklich das A und O hier im Game. Je mehr man hier rumtrampelt, je lauter man ist, umso geringer halt die Chance, dass man überhaupt irgendwas sieht. Und dann rennt man halt tatsächlich auch mitunter mal, ja, keine Ahnung, 20 Minuten durch die Gegend und sieht einfach nichts. Und wer will das schon? Dann rennt man hier die ganze Zeit rum. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Und, äh, wenn es auch noch was Gutes ist, dann im Idealfall vielleicht auch noch erledigen. Alter, schon wieder Vögel. Also, das ist wirklich wild. Das ist wirklich wild. So viele. Ich muss mir das gleich mal merken, wenn die hier immer rüberfliegen, dass wir vielleicht sogar hier in dem Bereich gleich, ähm, uns auf die Lauer legen. Vielleicht kriegen wir tatsächlich dieses, dieses Lockmittel. Übrigens einige Sachen gibt es, äh, nur über die DLCs. Ähm, es gibt einige DLCs, die sind, naja, nice to have. Und es gibt manche DLCs, die einfach wirklich gut sind. Ähm, die sich echt lohnen. Ich finde zum Beispiel diese, diese Waffen-DLCs und sowas, das ist immer ganz praktisch. Das kann man ganz gut machen. Und dann so DLCs für, ja, ich sag mal so, für Zelte oder sowas oder für die Quads. Das ist alles irgendwie übertrieben. Sehr alte Losung von einem Reh. Also, hier hat ein Reh hingemacht. Sehr alt. Das ist also einige Minuten auf jeden Fall schon her. Und es kam aus der Richtung, ist hier in diese Richtung durchgelaufen. Irgendwo hier in diesem Bereich. Ähm, wir werden später auch sehen, dass in verschiedenen Bereichen, dass da, ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Jagdgelegenheit, okay. Ähm, dass da so Trinkflächen sind oder Ausrufflächen. Das heißt, die Rehe haben ihre Spots, wo die halt hingehen, um zu fressen, beziehungsweise auch um zu trinken. Und wenn wir solche Spots entdecken beim Umherwandern hier, dann, ähm, ja, dann decken wir die halt auf. Können sofort dann irgendwann sehen, ähm, wann die da am liebsten verweilen und so weiter. Und dementsprechend können wir uns diese Spots auch einfach zunutze machen. Und je nach Uhrzeit uns dann selbst dahin begeben. Wir haben da vorne schon mal die Hütte. Ich würde sagen, wir marschieren da mal eben hin. Ähm, da vorne war noch diese Jagdgelegenheit. Das macht mich gerade auch ein bisschen an. Vielleicht finden wir da gleich dann noch was. Ähm, gucken wir aber einmal kurz ins Inventar, wie wir überhaupt so ausgerüstet sind. Jetzt hier so als, als Anfänger gleich. Oder ob wir noch was ändern. Und ob wir die Chance haben, uns so eine Tröte zu holen für die Vögel. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal hell. Die ganze Zeit hier in der Nacht rumrennen. Hat zwar auch Flair. Aber ich finde gerade so für den Anfang ist es echt schwierig hier in der Nacht. Die ganze Zeit alles nur so mit der Taschenlampe. Und die, die Sichtreichweite, die ist ja auch nicht so super dann. Und dann machen wir dann doch mal lieber hell. Und dann lüpt das wahrscheinlich besser auch. Nichtsdestotrotz auch hier, ähm, keine Rumrennerei. Wenn man hier irgendwie in die Nähe kommt. Also auch hier kann wild rumrennen in der Nähe. Das heißt, wir wollen ja hier nichts verscheuchen die ganze Zeit. Hier unten, guck mal, da blinkt so eine seltene Trophäe auf. Die holen wir uns mal als erstes. Ein altes Geweih. Sieh, sag mal, ein bisschen Bonus-XP bekommen dafür. Und dann gehen wir hier zum Laternenfall. Und aktivieren den Außenposten. Erste Außenposten. In Hirschfelden. Sehr gut. So, das ist doch mal was. So, jetzt haben wir halt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal können wir hier shoppen gehen, regelrecht. Also, das hier ist der Shop. Das heißt, wir können hier in den Laden gehen. Beziehungsweise sehen, was wir hier selbst im Lager haben. Alles ein bisschen detaillierter. Die Lockmittel. Ich habe tatsächlich für diese Kanada-Gänse. Truthahn. Das sind alles diese DLC-Geschichten. Die ganzen Sachen dabei. Die Enden, die sind woanders. Und hier sind es, glaube ich, Kanada-Gänse. Das DLC mit den Zelten ist auch alles mit drin. Die Hochsitze. Das verwende ich jetzt erstmal alles nicht. Wie gesagt, ist auch nicht zwingend notwendig. Ich renne erstmal mit den Standard-Waffen auch rum. Das, was man ganz normal als Starter so hat. Finde ich eigentlich ganz geil, so von der Challenge auch her, damit ein bisschen klar zu kommen. Wir haben gerade 3000 von der Währung. Gewehre, Gewehre, Gewehre. Warte mal, wie war das denn? Wir haben ja gerade... Ich frage mich, ob wir noch ein bisschen Munition brauchen. Da ist sie. Genau. Und dass wir dann auch die richtige Munition nehmen. Ich gehe mal hier auf kompatible Gegenstände. Also ich bin jetzt im Shop drin, im Laden. Auf Gewehr, auf die Ranger 243 gegangen. Dann auf kompatible Gegenstände. Und dann hätte ich gerne die andere Munition. Es gibt einmal diese Munition kostenlos. Das ist die TMG. Man sieht das hier von der Aufpilzung und Durchschlagskraft den großen Unterschied. Und ich hätte gerne mehr Durchschlagskraft und weniger Aufpilzung. Beim ersten Hirsch aus dem letzten oder aus dem ersten Video, beim ersten Reh, war es ja so, ich bin in den Knochen. Ich habe den Knochen getroffen. Ich bin da nicht durchgeschlagen. Mit der anderen Munition wäre ich da höchstwahrscheinlich durchgekommen. Bei der Munition, Durchschlagskraft 15, habe ich es einfach nicht geschafft. Aufpilzung ist quasi die, wie viel Loch macht das Ganze. Wie groß ist die Einschusswunde. Größere Aufpilzung heißt natürlich auch mehr Blutverlust. Auch eine Möglichkeit. Aber so ein gezielter Schuss. Und ich sehe gerade, ich kann die noch gar nicht verwenden. Denn ich brauche Gewährpunkte 50. Ha! Alles klar. Also dann bleiben wir doch erstmal noch bei der Munition. Sie ist kostenlos. Ich kaufe mir einfach mal, keine Ahnung, dass wir so auf 100 sind. So, haben wir 120. Und dann müssen wir erstmal noch ein bisschen Gewährpunkte sammeln. Und dann gibt es die bessere Munition. Sehr gut. Hier ist das ähnlich. Die Waffe. Die ist doch ganz gut. Kompatible Gegenstände. Auch hier für die mit mehr Durchschlagskraft. Deutlich mehr Durchschlagskraft. Das ist ja Wahnsinn. 50 hat die. Da sind wir auch gerade noch mit der günstigen unterwegs. Da kaufe ich jetzt aber nichts. Also wir bleiben erstmal so wie es ist. Ich gucke gerade nochmal in den Charakter rein. Genau. Wir haben, wir haben männlich ausgewählt, Charakter ist immer noch ausgewählt. So ein Ghillie Suit ausgewählt. Rucksäcke. Keine Rucksäcke. Das ist auch gut so. Annehmen. Übernehmen. Und auch jetzt rennen wir hier im Ghillie Suit rum. Kann das sein? Charakter. Trockenes Gras. Waldgebiet. Jawohl. Das nehmen wir. Haha. Perfekt. Alter. Das war übrigens eine Möglichkeit. Das gab es gerade gratis. Wenn man sich hier mit der, oder bei diesem Apex, wenn man sich da den Account macht und damit verbindet, dann bekommt man das gerade. Hatte ich jetzt ganz frisch gemacht. Und ja. Seitdem habe ich jetzt auch so ein Ghillie Suit. Geiles Ding. So, wir gehen mal rein und ändern mal kurz, ändern mal kurz die Uhrzeit. Dazu legen wir uns hier ins Bett. Kostet ein bisschen Währung. Aber ich würde sagen, wir stellen mal ein, ich würde sagen, kurz vor 6 Uhr morgens. Zack, es ist immer noch leicht dunkel, glaube ich. Aber es wird dann hell. Es ist sogar schon ein bisschen hell. Perfekt. Zack, Tür zu. Wir können die Taschenlampe ausmachen auf L. und legen dann los, gucken als erstes wieder, wo kommt der Wind her. Und wir sehen, er kommt quasi uns entgegen direkt. Das heißt, wir laufen direkt der Sonne entgegen. Und ja, haben da aber nicht ganz so viele Möglichkeiten. Hier in diesem Inselbereich ist, wie gesagt, dieser Schießstand. Ich laufe einfach mal hier so lang oder vielleicht hier so leicht schräg. Gucken wir mal, wo uns die Nase nach ist. Irgendwo werden wir schon was sehen und was finden. Und jetzt heißt es natürlich auch wieder Augen offen halten. Das Schöne ist, man kann halt jetzt schön weit gucken. Nicht nur mit dem Fernglas, aber auch das natürlich immer wieder nutzen. Ob man nicht irgendwo was sieht. Das Schöne ist, mit der Zeit bekommen wir Skill-Punkte und können dann unsere Skill-Punkte oder eben Fertigkeiten oder Vorteile verteilen. Da gehen wir natürlich auch im Detail noch weiter drauf ein. Fertigkeiten habe ich gerade schon. Pirscher oder Lauerjäger. Ich hatte einmal auf Lauerjäger geskillt und habe hier die Lockrufe und die Düfte und sowas gepusht. Fand ich deutlich schwieriger und deutlich weniger effektiv. Von daher werde ich jetzt als erstes hier auf den Pirscher gehen. Zack, die ersten Punkte schon mal verteilen. Und wenn wir dann später in die Vorteile kommen, gehe ich natürlich auch als erstes hier aufs Gewehr und dann auf die Nulldistanz. Das ist halt gerade ganz interessant, damit man weiß, dass eben beim Gewehr, bei der Nulldistanz, wenn man das einstellen kann, das Fadenkreuz auch genau die Entfernung ist, die halt dann genullt ist. Kommen wir aber später nochmal zu. Jetzt marschieren wir erstmal los. Schön hier in den frühen Morgenstunden. Mega gut, ey. Ah! Brunftschrei! Reh! Perfekt! Perfekt, perfekt! Und jetzt müssen wir gerade mal schauen, auf welcher Taste war denn hier Reh? Auf F5. Und wir rufen zurück. Sehr gut, ey. Jetzt gehen wir nochmal schon auf die Acht, machen ein bisschen Deo drauf. Geruchsneutralisierer. Gehen auf die Fünf. Und jetzt ist das ja, ich sag mal, wahrscheinlich so 100, 150 Meter weit entfernt. Das ist also gar nicht so ganz nah dran. Nichtsdestotrotz jetzt schon am besten in die Knie gehen, langsam laufen. Und ich versuche jetzt, ja, vielleicht da vorne in diesem Bereich, eine Deckung zu finden. Ich hoffe, das passt noch. Und man muss jetzt tatsächlich die Ohren auch offen halten. Denn man hört jetzt, und das ist ein bisschen eine Übungssache, man hört zwar seine eigenen Schritte. Ich mach mal ein bisschen lauter. Also man hört zwar die eigenen Schritte. Dieses Geknistere, die Hintergründe aus dem Wald. Und dann ist aber wichtig, hört man andere Schritte. Zipp, zipp, zipp. Leichtes Zippeln. Das ist natürlich laut jetzt, ne? Und jetzt müssen wir darauf achten, wenn wir jetzt langsam in Deckung gehen, unten rechts in der Ecke, sehen wir in der Mitte, also Herz, dann dieses Deckungszeichen und dann kommt der Sound, dass wir unsichtbar werden, so langsam mit dem Gestrüppchen verschmelzen. Wir sind immer noch zu sehen. Der Wind kommt von vorne, das ist perfekt, das kann uns nicht riechen. Und wir gehen so langsam... Alter, die Vögel, ne? Hier sind wir leicht in Deckung. Dann kommen wir da oben in das Gestrüpp. Vielleicht ist das Reh hier auf der Lichtung. Und wir gehen mal hier rein. Das mit der Deckung, das wird mit der Zeit immer besser. Wir hören Schritte. Irgendwo sind Schritte hier. Ich mach mal ein bisschen leiser. Nicht, dass ich gleich, wenn ich gleich ballere, dass es dann in den Ohren scheppert. Vom Gefühl her hier. Jetzt müssen wir auch aufpassen mit dem Wind, ne? Das heißt, wenn wir gleich umlaufen werden von dem Reh, kommt es ja durchaus in diesen Mief-Bereich wieder rein, ne? Direkt vor uns. Direkt vor uns. Guck mal da. Unsicher. Nicht durch Bäume schießen, das ist immer schlecht. Bäume haben so eine viel zu große Range. Man schießt viel zu schnell in so ein unsicheres Tier. Wir sind auch nicht richtig in Deckung. Man schießt viel zu schnell in so einen Baum rein. Keine gute Schussposition. ganz schlecht für uns gerade. Ich versuch mal jetzt hier. Und es rennt weg. Hoppala. Falsche Taste. Na, gucken wir mal. Also, wir gehen mal hin. Wir sehen hier natürlich überall die Spuren. Wir sehen hier den Anschuss. keine Organe getroffen. Und jetzt müssen wir gucken, gerade bei diesen vielen Spuren, welche davon ist die Spur? Okay, die ging in die Richtung. Die kann es nicht sein. Welche ist diese Fluchtspur? Ich vermute, was ist die? Jawohl. Hier haben wir wieder einen Blutfleck. Sehr gering. Aber ich hoffe, das genügt. Ich habe versucht, gerade auch da wieder aufs Herz zu treffen. Vorne in der Brust. Frontal. Das war ein bisschen schwierig zu sehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist Losung. Das ist wahrscheinlich alt. Das ist aber auch alt. Nee, dann geht es vielleicht doch in die Richtung. Jetzt laufen wir natürlich gerade genau mit dem Mief. Gucken wir mal. Und da ist auch wieder die Blutspur. Jawohl. Später können wir auch anhand der Blutspur viel mehr erkennen. Das heißt, das kommt alles Stück für Stück mit mehr Skill des Jägers sozusagen. Also nicht nur mit dem eigenen Skill, sondern auch mit mehr Skill des Jägers werden wir auch mehr ablesen können. Und das macht das Ganze deutlich einfacher. So. Na, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen folgen. Immer noch Blutung. Sehr gering. Man muss auch jetzt nicht hier jedes Ding immer hinterher rennen. Man sieht es ja hier, wo der Weg hingeht. Wenn die mal so links und rechts und Kurven rennen, dann rennt es hier runter zum Wasser. Aber ich würde sagen, so langsam kann es doch mal umkippen. Ist es denn schon umgekippt? Ha! Es ist schon umgekippt. Hier sehen wir auch die aufgenommenen Spuren. Hier war der Anschuss. Umgekippt ist es in jedem Fall schon. Das ist gut. Sonst wäre der rote Fleck ja nicht. Und jetzt müssen wir es halt nur noch einsammeln. Davon liegt es auch schon. Schimmert hier schön durch. Perfekt. Das ist doch mal was. Hoppala. Schönes Ding. Dankeschön. Alter. Aber nächstes Mal mache ich das besser. Versprochen. Also. Hm. Was sehen wir? Okay, es war es war von vorne es war viel zu hoch. Es war viel zu hoch. und ich glaube ich wäre auch gar nicht ich wäre wieder nicht durchgekommen. Muss ich mir jetzt also merken fürs nächste Tier ähm definitiv von der Seite versuchen zu treffen. Definitiv von der Seite. Im Idealfall ähm direkt hinterm Schulterblatt. Schulterblatt und direkt hier unten in diesem Bereich. Deutlich mehr jetzt da drauf gehen damit ich mit der mit der Munition durchkomme. Nicht erst durch das Bein und dann in den in den Brustkorb sondern direkt hinters Schulterblatt direkt da rein dass ich da am effektivsten bin. Gerade mit dieser Munition damit die Viecher auch nicht so ewig leiden müssen. so erledigt die nächsten XP's für den Charakter die nächsten Gewährpunkte und natürlich auch noch die nächste Kohle erledigt und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Video äh ja bis zum nächsten Mal weitmals heil bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.